Salsa Crossbody Lead. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Über seinen Vorwärtsteil öffnet er. 1, 2, eine Seitwärtsbewegung. Wichtig ist für die Erklärung, dass er von seiner Hand wegdreht, dass der Rahmen die Dame bremst, sie an der rechten Seite steht. Und während er den Rückwärtsbasic tanzt, die Dame hier durchlust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er öffnet hier, sie geht durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er öffnet hier.